Und dann rausguckst, Alter, voll verschoben. Die blaue ist die nächste, ne? Sie? Ja, ja. Fass an sich. Und Aufnahmen, bitte. Hab ich schon. Oh, schönes Pferd. Ja, das ist echt schön. Guck mal, wie geil das aussieht. Voll schön braun. Ach doch, was bewegt man? Oh, oh, oh. Aus Schweiz, aus der Schweiz. Echt? Ja. Ui, Sir. Oh, ich brauch so ein Ding, Alter. Ein Ding? Ein Pferd? Nein, so eine Rolle. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Wie nehmt man sich doch alles total aus, weißt du noch? Wie meinst du totale? Ja, was heißt totale? Ja, das will er noch. Vielleicht nicht so. Ja, du denkst du, das ist scheiße. Lass erstmal das erste so durchziehen und dann soll er sich das mal anschauen. Und dann soll er uns sagen, ja oder nein. Wie steht denn überhaupt das Mic? Ganz ehrlich, du hast bis jetzt keinen gravierenden Fehler gemacht. Das ist halt nicht der andere. Egal was der abliegt, bis er 10.000 hat, das ist halt echt das, was er gemacht hat. Also wir haben echt Glück, dass der so schlecht war. Weil dann alles, was wir machen, wird wahrscheinlich Gold wert sein. Eben. Boah. Das war elf? Fünf. Fünf. Fünf? Was? Nee. Nee, das war elf. Nein, nein, ich hab jetzt nicht, ich hab jetzt grad fünfter Rang hat's ja.